Moin zusammen, ich bin's wieder der Harm und heute spiele ich wieder The Talos Principles. So, wir haben ja jetzt gerade live und in Farbe miterlebt, wie wir hier die Anlage zerlegt haben. Wir können mal gucken, ob da sonst noch was drin ist. Ne. Und jetzt gibt... Ich befürchte mal fast hier weiter, was? Bisher sah das ja noch alles sehr einfach aus. Ich bin ja jetzt richtig gespannt. Was uns da noch erwartet. So, wir nehmen jetzt mal ihn hier einfach mal. Ach, da hinten ist wieder so eine Selbstschubanlage, dann nehmen wir mal den nächsten. So, wir mal gucken, was hier nur eher so... Scheiße, bin ich fast reingelogen. Aber ich lobe fast, ich mach das mal anders. Ich hab sowas dummes im Gefühl. Also, ich weiß, dass wirklich nichts, was da hinten ist, aber ich nehm' Bitbos und hab' auch mal mit hier. Da ist ein Stern. Hat dich das doch richtig im Gefühl? Ich muss noch den Stern da holen. Ich hab' euch noch den Stern da holen. Ich hab' euch noch den Stern da holen. Das ist ein Stern, der deinen Namen trägt. das war der ausgang hier war gerade entsteht hier jetzt auch der ich habe stehen zu gestern in der anderen wo ich den vergessen hat das ist natürlich die andere dann gibt es hier weiter ein ansteigendes problem das heißt sicher hier wird schneller schlimmer farbe der art meiner gesegneten boden muss verdient sein woher kennt er mich dann zuerst muss ein buch der erweckt werden automatisches antwort zu sehen hat irgendwer hier schon diesen haben wir so ich habe viel zeit damit verbracht darauf zu warten dass der gestalter mich bei der hand nimmt bevor mir klar wurde dass er mich schon die ganze zeit geführt hat mir wurde bewusst dass ich nicht nach seiner hilfe suchen soll sondern dass ich mir selbst helfen muss ich muss mir also selbst helfen ja es heißt ja so schön hilf dir selbst dann hilft dir Gott da nehme ich mal in ich schaue ihn hier mal weg ich schaue ihn hier mal weg ich gehe damit die Treppe rufen ich bin gleich zum Beispiel ich bin nicht du bist ich bin kein du kannst Aber den hatten wir auch nicht gemacht. Süßü! Oh, Alter, komm mal her, geh da rein! Die Woche ist kein Tag. Jupp! Und weg! Bing! Bing, bing! Äh, hätte ich hier vielleicht etwas einfacher haben können? Ja, hätte ich hier. Hahaha. Ahem, ahem. Ahem, ahem. Ahem, ahem. 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 Weiter bringt mich das hier auch nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Dann späh ich dich da doch wieder an. Ahem. 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 Was fehlt mir hier noch? Ahem. 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 Das ist ein Fenster. Aber hier geht es nicht. Aber wo kann ich hier noch gehen? Dort dürfen jene, die sich als würdig erwiesen haben, den Rat meiner Boten suchen. Aber sie werden ihre Weisheit nicht leicht preisgeben. Denn deine Errungenschaften müssen deine eigenen sein. Ja, aber ich glaube, das mache ich im nächsten Teil. Verzweifle nicht, wenn du die Antwort nicht sofort findest. Mein Garten birgt viele Welten in sich. Ja, alles gut und schön. Ich will jetzt erst, ich habe da hinten Schüsse gewissen. Den will ich haben. Und wenn ihr euch jetzt wieder fragt, was habt, was haben wir als nächstes? Oder, oh, haben wir sonst alle wieder aufgefressen? Schaut doch den nächsten Teil an. Bis dann, pinke!